einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja wir wollen bauen sich schicken anzocken aber nicht so laut und und kann ich machen und 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 ich muss halt die so schnell wie möglich mit so wenig wie möglich angeblich sollte die Teute hier nur 23 Grad werden, entschuldige 30 Ah, knapp daneben bis zum 2 okay ich kann auch jederzeit abbrechen also wenn ich jetzt gerade Tempo drauf habe, dann habe ich nicht ich habe nicht so viele Züge dann habe ich einen Scherz Untertitelung des ZDF, 2020 Ist doch nicht. Ich hab eigentlich, was schreckt jetzt hier, aber ok. Ich hab einfach, was schreckt. Oh 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 Achtung, ich steile hier noch. Achtung, ich steile hier noch. Achtung, ich steile hier noch. 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 Mist. 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 Ich steile hier noch. 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 Komm, 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 ja! Yes! Ah, fuck! Oh, no, da geht's! Komm! Ja, 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 ja! Oh, man! Oh, nein! Ach, nein! Ah, neue Schaft! Was ist denn das? Was ist denn das schon? Was ist denn das schon? So, wie es denn das jetzt ist? Ah, das ist ein Kost. Oh, das ist so schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, ich bin und faszinierende Schlüssel. Ich bin sicher, dass hier auch die Jaugen in Spür empty. Didニüquen? Ich bin es selbst gefüttert schon. Ich bin gerade bei dem Schlüssel. Und ich bin jetzt hier einfach ein Auto. Ich bin in der Nähe von der Leise. Ich bin jetzt ein flex zu Kupfer. Ich bin immer so gut, ich bin zu schüttet. Oh, knapp. Äh, 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 ja. Das ist eigentlich so ein ganz kleines Spiel, aber echt wirklich nur ein ganz kleines Spielchen. Aber es macht halt unheimlich Spaß und ist auch herausfordernd. Na, das wird wir jetzt da nehmen. Wo stehen wir denn eigentlich? Ich wusste gar nicht, dass das so ein fast schnelles Platin-Spiel ist. Nee, ist doch nicht. Alter Scheiter. Level 90. Ja, das ist dann nicht so schnelles Platin-Spiel. Aber wir sind gut vorangekommen, würde ich sagen. Ja, da will ich jetzt hier auch einen Cut machen, weil hier passiert ja nun nichts weiter. Es ist ein kleines, lustiges Spielchen für zwischendurch. Wo man dann mal ein bisschen Zeit totschlagen kann, wenn man jetzt nicht drei Stunden am Stück spielen will. Oder vielleicht animiert es ja, drei Stunden am Stück zu spielen. Äh, mich reizen die so eine Kleine oft sehr, zwischendurch so. Abends mal eben zwischen Stündchen und so was Kleines spielen. Das reizt mich schon. Ich mache ja auch, ich habe ja auch Candy-Dingsbums da damals auf dem Handy gespielt. Aber von Simons Cat, von Simons Cat gibt es halt auch so ein Handyspiel. Irgendwann wird es auch Pay-to-Win. Da bin ich dann, bin ich dann ausgestiegen bei Level 300 Novat, 400 Novat. Ich habe keine Ahnung. Aber das habe ich so echt gerne so zwischendurch mal gespielt. Und sowas mag ich hier auch. Ist ja herausfordernd, man muss ein bisschen denken. Irgendwie ziehe ich manchmal falsch. Obwohl liegt eigentlich dahin. Aber naja, ja. Ich hoffe, es hat euch gefreut, wenn es euch gefreut hat. Däumchen wäre ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Wohlin.